So, dann grabe ich hier mal ganz kurz das hier. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht ganz, warum dieser Pilzehund nicht wächst, warum nur der Rote wächst. Bis jetzt haben wir nur gesehen, dass der Rote wächst. Das verstehe ich nicht ganz, muss man ja erklären. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Einpilze wachsen nicht in normalen Höhlen. Hi, 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 hier sind wir so Doppelslaps. Hm, na gut, hier ist aber sonst nichts mehr. Äh, hier waren wir gerade genau. Ich verpasse immer gerne so Doppelslaps, weißt du. Einmal ist er ein bisschen langweilig, so meine dicken Homies, und da denke ich mir immer so, ja, Doppelslap für die Freunde, und dann geht das klar. So, jetzt graben wir uns hier durch, und haben vielleicht Hoffnung, hier noch was zu finden. Lalalalalala, aber auch da war nichts. Schade, schade, schade. Aber kann man nichts machen. Ich dachte gerade schon, da oben ist vielleicht was. Aber leider nicht. Jetzt habe ich gerade nichts zum Stopfen des Lochs. Okay, dann graben wir uns hier wieder rüber. Gucken wir natürlich erstmal wieder, was ist hier los, und hier ist natürlich wieder nichts los. Und dann geht's wieder nach hier. Die Mucke passt gerade voll gut dazu. Bär, mich, grab mich durch die Mine, durch, wau, wau. Oh! So langsam stimmt die Aufmermung doch friedlich, also, da kann man schon mal dann sagen, oh ja, jetzt bin ich hier doch zufriedengestellt, weil, so langsam, also wirklich, da muss man ja mal sagen, Minecraft liebt mich, glaube ich. So, guck mal, was hier so immer ist. Ey, brauchen wir ja gar nicht, weil hier haben wir, das ist schon von der anderen Seite, aber hier können wir wieder. Weil da ja auch schwachsinnig ist, weil wir uns den nächsten Dings ja gleich dann langgraben, aber, ähm, man macht's halt dort so gerne. Genau, wie ich das unwahrscheinlich gerne mache. Oh, ja. Diese Freude. Euphorie. So, hier ist es natürlich nichts weg. Oh, nee, Quatsch, jetzt kann ich mich hier natürlich noch durchgraben, ne? Uh, ein Kiesgestöber wieder. Oh, das war... ...ein der kleinen Kiesgestöber. Bööö, aua. Hallo? Hackt's bei dir, oder wat? Uh. Aber hättest du, dass wir wenig Gold finden? Alter, jetzt reicht's ja aber. So. Jetzt müsste da unten Lava sein und alles in die Lava gefallen. Komplett. Flupp. Mit einem Schlag. Dinkst du, dass du, nein, warum? So, hier mal noch ein bisschen Kohle. Nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Eigentlich interessiert mich die Kohle gar nicht. Die kann ich eigentlich links liegen lassen. Aber da kommt mir immer so schlecht vor, wenn ich sage, ja, wir gehen jetzt hierher und fahren alles ab. Und dann, äh, nach fünf Minuten, ja, wir haben zu viel Kohle. Wir wollen auch mit Kohle fahren. Das ist... Aber bei Kohle ist das wirklich so. Weil, wenn du so eine Glücksachse hast, was willst du mit der Kohle? Das ist totaler Schwachsinn. Was willst du mit der Kohle? Okay. Dann gehen wir mal zurück. Und wir können das Zeug mal kurz noch ablegen, weil wir gerade wieder ein paar Diamanten gefunden haben. So. Klack, klack, klack. Klack. Hat gar nicht weitergemacht, glaube ich. Weil wir zu weit entfernt waren. Oh, Alter, wir haben fast zwei Stapel davon wieder. Wir haben jetzt so 40, 65, weit über einen Stapel, also gut über einen Stapel davon. Dann würde ich mich jetzt einfach mal demnächst, also jetzt wieder, dieser Richtung widmen. Und dann klammern wir zuerst den Gravel ab. So, äh, ja klar, den Pilz wollte ich da hinsetzen. Das war mein einziges Ziel gerade. Genau das hatte ich vor. Und da haben wir auch schon wieder Redstone gefunden. Es hört nicht auf an dem Mist. Wenn wir nicht weiter so viel Redstone und Kohle finden, muss ich echt sagen, dann höre ich auf mit Suchen, weil... Also wir können Kohle bald als Baustoff benutzen. Wir haben so viel davon, wir haben davon mehr als Holz oder so. Das ist... Wir können damit fast Häuser bauen. Keine Ahnung. Kann man die auch verwenden? Kohle zum Bauen? Ich überlege gerade, ob man die vielleicht als Teppich oder so benutzen könnte. Dann könnte man wirklich mal sein Haus aus Kohle bauen, einfach nur. Und warum, weil wir es können. Als Mahnmal. Wir haben eine Option, so ein Kohlehaus, einfach nur aus Mahnmal. Dass zu viel Kohle in diesem Spiel existiert. Warum komme ich eigentlich immer genau bei diesem Fasten raus? Kann man das mal erklären? Weil du Fasten bist, Junge. Achso, okay. La 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 la. Es ist so spannend. Da, 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 so. Sollen wir die Axt vielleicht auch drinnen lassen, wenn ich an solchen Stellen ständig vorbeikomme? Weil ich sie da mitnehme, dann komme ich nicht mal an solchen Stellen vorbei. Das ist immer typisch. Huch. Hier sind wir wieder an unserer lustigen Stelle. Da muss ich jetzt, glaube ich, hier rein. So, ist das richtig? Ne, da muss einer höher. So, jetzt sind wir richtig, oder? Genau. Hier hatte ich... ... 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 wie viel beschissenes redstone wir finden das ist unklar was was soll ich denn ich werde nie im leben so viel redstone verwenden können wie ich hier finde keine ahnung ich würde es gerne den alien spenden oder sowas irgendwas sinnvolles damit machen und alles sinnvoller als dass ich sage weil ich wenn ich nutzen sollte wenn ich irgendwann eine maschine irgendwann alles was selbst wenn ich sage okay ab heute ist in diesem display nur noch redstone technik zu finden selbst dann würden wir nie diesen redstone verballern können mit dem wir jetzt finden das ist gerade hatte ich zwei ok war der öffentliche so aus gar nicht 32 und ich erzähle hochgehen acht sechs stück schon wieder ok also hier habe ich überhaupt ich müsste hier überall die sagt das funktioniert du musst es nur oft genug probieren juhu und ein bisschen eisen bekommen auch noch sage ich auch nicht nein ich sage doch das funktioniert warum glaubst du mir auch nicht ja genau du warum glaubst du mir auch nicht ähm so und es hat natürlich einen ganz einfachen grund warum das so schnell funktioniert bei dieser art und weise des minens weil man natürlich mit der schaufel sehr schnell sehr viel abernten kann und dadurch natürlich schneider diamanten findet es ist ein ganz logisches verfahren dieser redstone wenn es nicht level geben würde ne gibt es aber eigentlich auch kaum oder na es geht ich glaube wir werden beim nächsten run bis oh wir hatten unsere achse zerstört dies war ein schwerer schicksalsschlag für uns denn wir hatten unsere achse zerstört für einige mag das jetzt seltsam klingen doch es war ein verlust ein verlust shit man habe ich nicht darauf geachtet wie kaputt die axt ist alter schokolade wir haben jetzt noch die bewutsamkeitsaxt das war glück 3 wir haben die glück 3 achse kaputt gemacht nein das kann nicht so sagte er doch es war wir hatten unsere glück 3 achse kaputt gemacht und sie hatte uns nur sie hatte uns wahrlich nur über einen steck diamanten beschert wie traurig auf dem sommer wäre das jetzt wirklich traurig auf dem sommer würden sie sich alle auslachen wie war es nur ein steck mit einer so einer acke gefahren da müssen wir echt aufpassen jetzt dass die nicht kaputt gehen ich war ja so übermotiviert dass die so lange halten dass ich gar nicht daran gedacht habe dass die natürlich auch bei meinen ah Mist 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 Alter dieser redstone hier die katastrophe 1 2 1 2 1 2 klack und 1 2 und 1 2 und dann hier nochmal alles halbieren so klack und T-t T-t selbst die blöcke hier sind schon wieder fast voll das ist öhh genau solle mit der coole ok da müssen wir das natürlich erst bei dem auch mit behutsamkeit farmen ist auch spieler voll jahre ist das kann ja gar nicht sein tücher so gesondert das holz also so holz und so ein zeug mal hier rein jetzt sagen also es müsse anders ist alles was anders ist ja auch du bist anders du musst auch in die kiste los springen davon 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 dann kann hier sein hier jetzt das rein smaragderz werden wir jetzt hier ähnlich finden glaube ich weil das wird hier wird kein gebirge sein deswegen brauchen wir gar nicht so weit suchen jetzt will ich glaube ganz kurz hier auch ein bisschen ordnung schaffen und gucken was wir jetzt schon gefunden haben die sind eine menge loren und eine menge zäune haben auch ein eimer so schienen haben wir hier aber hier ein paar extra dann haben wir hier ein bogen und feine weil ich hier reinpacken mal packe ich den bogen da rein sticks fackeln leiter und so war alles misst es sortiert ich habe mich gerade ein bisschen müsste gestehen mit dem ach so geht hier könnte das erzeug rein was ich nicht so benutze ich ärgere mich kann wirklich ich habe auch keine andere axt mit dabei gehen ich habe nur die beiden dabei die andere habe ich oben gelassen glaube ich hat die effizienz 4 die hat sogar nur effizienz 3 siehst du weil das natürlich noch schlechter alter hat ich jetzt gerade wie viel gold hier liegt und hier ist eine kiste was haben wir hier nichts besonderes das haben wir hier so auch nichts besonderes ich schaue mich gerade mal so um ich habe mit absicht unausgeleuchtet weil ich jetzt natürlich nur so durch renne wenn wir das dann richtig erkunden natürlich natürlich auch ausleuchten damit ich weiß okay hier war ich wirklich also richtig mit alles erkunden aber nur so hier durchlaufen dann aber hier ist noch nichts spannendes mehr so dann machen wir wieder zurück unsere bescheidene behausung bescheiden trifft es sehr gut so dann würde ich gerne auch mal schauen gerade das ist glaube ich auch testen wie viele barren wir jetzt kriegen ohne dafür allzu viel verschwenden zu müssen dann würde ich nämlich sagen wir machen uns mal hier zwei barren und hier vier davon genau dasselbe hier nenne ich immer die hier und den rest lass ich sowieso erst mal so wir müssen natürlich darauf achten dass wir bei den eisen und gold dass wir da zwar barren machen aber nicht zu viel verschwenden dass wir noch genug haben zum craften kann man das vorstellen dass ich barren machen ne gell das war irgendwie klar aber lieber einmal zu viel getestet und das bild kann ich ganz drüber hängen oh hallo hallo bild 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 äh äh hä wo ist das bild hin Das Bild ist weg Hör mal an, erklär mir, dass das Bild da hochkommt Muss ich jetzt nicht verstehen, aber okay Na gut Oh, das war jetzt alles Ich hab noch mal 64 im Winter WTF Dann haben wir ja echt viel schon Das sieht ja gut aus Das sieht sehr gut aus Wenn man das unendlich so weiter macht, kriegt man dann irgendwann Ne, geht nicht Auf einer gewissen Menge geht es nicht mehr Ja gut, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Das war jetzt nur noch eine kurze Aufnahme zwischendrin nochmal Und, obwohl so kurz war die gar nicht Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Und dann schauen wir mal, dass wir Ja, schöner Sonnenback Dann schauen wir mal, dass wir Da eventuell Ups Wie man das mit der Hacke machen will ich noch gar nicht Man muss wahrscheinlich alles mit Glück jetzt machen Und dann, äh, ne gerade alles mit Brutsamkeit Und dann müssen wir immer wieder oben sind und unsere Glückshacke bauen Und dann hoffen, dass wir das dann alles verglücken können Na ja, bis jetzt beim nächsten Mal wieder Tschüss